Ne, hey, schluss, Leute, willkommen zurück zu Let's Be Hyper Dimension Neptunia und heute versuchen wir uns nochmal an dem, ja, kennen wir ja schon, achso, oh, gut, kümmern wir uns nochmal um diesen Wolf. So, keine halben Sachen diesmal. Keine halben Sachen. Graphics Combo, stimmt, ich hab ja nochmal ein paar neue Sachen eingefügt, hab mich offscreen nochmal kurz umgeguckt und auf einmal ist dieser große böse Wolf gar nicht mehr so groß und böse wie er mal war. Zeigen wir diesem Hauskätzchen mal, wer hier der Bus ist. Nimm mal kurz im Prozess, du Fickfee! Dryfang und Burst Spark, genau. Ja, das ist guter Schaden, das möchte ich sehen. Plutia und Prashy machen das Ganze echt so, so unterhaltsam. Ja, das ist absolut, absolut ertragbar. Zumal der Schaden jetzt auch besser ist. So, und was haben wir hier? Ist alles ertragbar auf einmal. Trifft noch nicht so schön. Das Ding hat mehr, mehr Rüstung als sonst was. Sie muss echt mal aufhören, so erotisch zu reden, da kriegt man ja Zustände von. Ich komm an seinem dummen... Schutz steht nicht vorbei. Das Ding geht vorher drauf. Das Ding geht vorher einfach drauf. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden das jetzt tut. Ich mach das gerade Maximum Damage. Okay, Plutia ist aber gleich dran, okay. Das will ich nochmal sehen, das war cool. Mach das nochmal. 9000, wow! Alter! 9000 Schaden! 9000 Schaden! Live-Nope... Nova! WordsztShutNope... Dafür, dass die eine die andere immer mal umbringen wollte. Ja, warum nicht? Der Kampf hat nicht mal drei Minuten gedauert. What the fuck? Ach ja, stimmt ja. Das war's. Ich muss noch einmal Abneerlein arbeiten. Ja, das ist ja. Wenn du jetzt nicht mehr so ausfälligst, dann kannst du die Nachrichten anbieten. Aber du musst dich auf die Zeit, du kannst die Nachricht nicht mehr verhindern. Hey, hey, du bist so zu viel, du bist so zu viel. Nicht übertreiben, richtig. Ich habe ja gerade nur einen Megawolf zerstört. Wenn du dich anbieten kannst, das ist auch ein lustiges Thema. Oh je. Klingt nicht gut. Oh. Das klingt interessant. Warte mal, wo ist denn das? Unter Items? Ah, hier. Tatsache. Oh, da brauche ich aber ein paar Sachen für. Da brauche ich ein bisschen was für. Verwundert mich irgendwo gar nicht. Moment, Potions. Healing Circle? Das klingt super praktisch. Hier. Kann ich mir aber auch nicht machen. Mano. Das wäre aber praktisch. Das klingt praktisch. Ich bin Muskelmann. Das ist super muskelreich. Hahaha. Wieso war mir klar, dass ich irgendwas für Steroiden von dem Kerl kriege? Erdkristalle fehlen mir dafür. Überall tauchen jetzt Sachen auf. Und Tron, P2, du bist ein kleinvoller Item. I am Roboter, you're my name, as the fuck. Look pretty, Jackie. Ich kriege so viele Sachen gerade hinterhergeschmissen. Okay. Ich bin nicht so viele Sachen, wie ich sie aufhören. Ich bin nicht so viele Sachen, wie ich die Überholung habe. Das ist ein bisschen zu tun. Das ist ein bisschen zu tun. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ich habe nicht gespeichert, scheiße. Immerhin hat sie ein Gewissen. Ich melde mich freiwillig. Aber ich habe keine Lieblingsmache. Ich bin so schwer. Ich habe es nicht so schwer. Ich bin so schwer. Ich habe mir auch keine Angst. Ich wollte eine Brühe essen. Ich wollte es nur mit Püren essen. Huh? Wenn ich mich mit Püren und ich mit Püren möchte, dann... ...wann... ...wann? Ja, wenn ich mich mit Püren möchte... ...wann... ...wann... ...wann ich... ...wann ich mich mit Püren zu essen. Ich habe gesagt, ich habe es mit Püren zu essen. ...Wann... ...Neptune, ich will nicht so sagen. Pudding ist irgendwo überall besser. » ※ Lätre. » 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 Ich habe das Gefühl, dass ich aus dem Weg herausgekommen habe. Ah... ... 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 Das war's für heute. Und ich habe heute noch einen Püren mit mir gemacht. Oh mein Gott. Nee, Neptunum. Was? Wenn ich nicht nur noch was, was ich? Wenn du... Wenn du... Wenn du... ...dass du... ...dass du... Hmm... Ich weiß nicht, dass ich sehr schwierig finde, was ich nicht wissen. Es ist doch so... Es ist doch so... Hmm... Wenn ich mich, wenn ich mich befestigte, dann würde ich mich helfen. Und dann... Was ist das Hard Sensor? Wenn ich mich nicht verstanden habe... Und Pudding, natürlich Pudding. Das Geräusch von Pudding. Gibt nichts Schöneres. Das Geräusch von Pudding. Das Geräusch von Pudding. Das Geräusch von Pudding. Das Geräusch von Pudding. Sie wird immer noch nicht zugeben. Oh, gerne, gerne. Das Geräusch von Pudding. Das Geräusch von Pudding. Das Geräusch von Pudding. Okay. Und eine neue Ecke. Storage Nummer 3. Ganz kurz gucken. Jetzt hat sie nämlich das... Wow. Ernsthaft? Stimmt. Das Hunting Sword ist ja das, was ich sonst hatte. Dieses Monster von Schwert. Und das hier... Das ist ziemlich powerful. Alter Schwede! Macht den zwar langsam, aber... Also langsamer als sonst, aber... Holy Moly! Der Schaden ist nice. Ah ja, stimmt. Da muss ich mir auch mal irgendwann... Mich mal umgucken. Lass ich euch jetzt erstmal da? Ne, wisst ihr was? Wir packen sie wieder zurück. Also... Für den Boss war das jetzt... Schön und gut. Aber... Also für den Boss hat's gut funktioniert, aber... Ich möchte trotzdem versuchen mit den beiden weiter... Genau. Erstmal wieder zur Gilde. Ganz vergessen. Äh... Okay. Irgendwelche... Computer kaputt machen. Illegales... Illegales Circuit. Und Sporen. Warte mal. Oh, guck mal. Alles, was ich nochmal abgeben kann, mach ich gerne. Gib Geld. Geht gut. So. Und den Rest müssen wir jetzt erstmal machen. Da haben wir jetzt erstmal was. Äh... Lass mich raten. Das ist wieder einer dieser... Bosse. Robomachine. R4i. SDHC. Geld ist Geld. Was das denn? Lass Station CPU Block. Nice to meet you. My God. This is... Oh no. I like to... I don't know quite a bit. Lass Station still. Let my CPU... Lass Station lead the way. Lass Station are called. Why? Black regularly. Landers and machines. Steampunk. Steampunk is awesome. We're gonna create one attack. Put it in a new platoon. So now we'll have a new station world survive for now. See you again. Okay. Interessant. Ah, gut. Nochmal speichern. Sicher ist sicher. Ich bin ja paranoid, so wie ich bin. So. Geht los. Geht los. Geht los. Ich wüsste, ich könnte immer so happy sein. Oder so. Voll Energie. Ich bin meistens einfach faul. Ich trau dir nicht mehr. Ja. Je zu sagen. Ochisie-san! Oshigot ist immer so schwer. I mean, es ist aber kein Lass. Es gibt keinen Freude, oder? Kann ich so sehr lange sein? Oh. Oh, hier ist es eine halte Stunde. Oh, hier ist es ein weeker, oder? Oh, das ist eine halte Stunde. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Also, ihr habt da was gelassen und wir sollen euch das wiederbringen. How about you do it yourself? Wie wäre es, wenn du es selber machst? Ja, war ja klar. Rasterlite? Was ziemlich pointless ist, wenn man überlegt, dass Videospielkonsolen irgendwann outdated sind. Und da 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 da. Einfach mal ein Nintendo 3DS einfach, der 10.000 Jahre hält. Das Ding überlebt dich und all deine Nachfahren. Ich trau dir nicht. Das Ding überlebt. Ja, das Ding überlebt. Das Ding überlebt. Oh, ja. Wow. Oh. 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 Reksa. Du Ficknagel. Das Ding überlebt. Aber ich weiß. Oh. 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 was das? Ich bin sicher, dass ich das nicht so gut bin. Aber ich weiß, was ich nicht so gut. Aber dann... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist gut. Ich bin hier. Ich bin hier. Aichan... Wir sind... Das ist... Entschuldigung. Ich bin hier. Ich würde nicht sagen, dass ich das Arbunil's Arbeit. Oh! Ich habe alle einen neuen Schmuck aus dem Wasser geöffnet. Ich habe noch nicht die Zeit, dass ich nicht hier rausgekommen bin. Neptuno? Ja, das ist Nepco. Es ist so großartig. Wer will es so großartig sein? Ach, Tatsache, das ist jetzt wirklich eine Art Dungeon, wo wir so nicht rauskommen. Das ist interessant. Das wird nochmal witzig hier. Gut, dass ich gespeichert habe. Was seid ihr denn? Egal, was ihr seid, sonderlich viel haltet ihr nicht aus. Ihr schon eher. Ah, doch, das tut ein bisschen weh. Ihr tut immer noch kaum weh. Jetzt bin ich dann wirklich überlevelt. Ach, guck mal, da haben wir schon mal eins der Sachen, die wir brauchen. Oh je, da geht es doch direkt weiter. Oh je, da geht es doch. Ich glaube, ich glaube, ich könnte sie auch nur in Pudding bezahlen. Oh je, da geht es doch. Oh. Oh, ich glaube, ich glaube, es ist ein Typ. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Ich glaube, ich glaube, was ich an diesem Welt, ist, was ich in diesem Weltraum von einem Monster befinden, das ist eine große Herausforderung. Diese Sparky-Auge, das sieht so knuffig aus. Hat Basilikum davon gewusst? In slow motion. Uh-oh. Ah, okay. Ach du Scheiße, was ist das denn? Dahinter ist noch so ein kleiner. Wir lassen es erst mal so. Mal gucken, ob wir mit dem Team hier klarkommen. Okay, das funktioniert. Wobei, Compa... Ja, doch, mit Compa sollten wir eigentlich mit klarkommen. Was zur? Was macht das Ding da? Das geht doch gut. Okay. Könntet ihr damit aufhören? Das ist super uncool. Okay, gut, ihr steht da alle so schön beieinander. Weißt du? Ihr steht hier alle so schön. Grilltime. Okay, das tut sogar noch tatsächlich weh. Wow, wirklich? Und ich dachte, ich habe hier eine Bedrohung vor mir. Es ist halt der Fakt, ich habe jetzt halt geschwächte Gegner irgendwo. Also durch das, durch den einen Plan. Ich bin mir noch unsicher, ob ich den jetzt anlassen soll. Ich meine, warum eigentlich nicht? MVP ist richtig. Was fucker! Ich habe nur ein Kind, wie ich hier die Kinder habe. Aber ich glaube, dass die St. Noh-Mann hier ist, was das Gefühl? Aber ich habe noch einen Kage-Kaage. Ich habe noch einen Kage-Kaage-Kaage. Das ist ein Kage-Kaage-Kaage. Kage-Kaage-Kaage? Was ist das? Oh, so. Ich habe noch nicht gesprochen, dass ich noch nicht gesprochen habe. Ich habe noch einen Kage-Kaage-Kaage-Kaage. Ich habe noch einen Kage-Kage-Kaage. Und warum hast du diesen Alten mitgebracht? Ich habe es gut gehört! Wir wollen die E.S. zurückkehren, um die Welt zu retten zu retten! Um... ...I.F. ... ... ... ... Es geht so weit. Es geht so weit. Ich habe es nicht zufrieden, aber es ist ein Geheimnis für die Eust-Warren. Es geht so weit, dass ich das auch nicht so leiden. Ich werde das auch nicht sagen. Ich kann es nicht so leiden, aber ich werde nur sagen, die etwas zu sagen. Eason ... Ich weiß es nicht so. Du kennst doch auch nicht in mir, was ich nicht wissen. Sehr lieb. Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Warum ist das so schön? Ja. 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 Es ist schon wieder dieses Kappa-Face. Oh, boy. Wir machen das nächste Mal weiter bei Let's Play Harbit Mansion Neptunia. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Bye.